Salud Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, heute gibt es ein kleines Wettbewerbs-Gameplay. Es geht nur eine Runde lang, ist auf Agora gespielt worden und wie ihr seht, ist das hier nicht der Hangar, den wir spielen werden, denn es ist bereits Montag und das ist mein 2v2-Hangar. Das Video ist übrigens auf Englisch gehalten, also die Calls und so weiter, da wir einen Gastspieler dabei hatten, den Lucky Luke NL aus den Niederlanden, aus dem ZGF-Clan. Der kann nur Englisch. Ich wollte eigentlich ein dreiründiges Gameplay machen, aber es ist mir nicht gelungen, drei Spiele am Stück mit Gegnern aufzunehmen, wo wirklich immer dieselbe Besetzung dabei ist. Ich hatte mal ein paar Aufnahmen, da war ich alleine, ich hatte mal ein paar Aufnahmen, da war ich nur mit Mambo unterwegs, dann eben die mit Lucky Luke und ja, deswegen, weil ich das halt einfach nicht kombinieren wollte, weil das halt einfach komisch ist, wenn du in der einen Runde alleine bist, dann bist du auf einmal mit Mambo zusammen, dann bist du auf einmal mit Protect und irgendeinem anderen unterwegs, habe ich mich entschieden, nur diese eine Runde zu zeigen. War eine Runde gegen Void und drei gegen drei. Genießt es! Oh, okay. Ooh. Nice, Void. Okay, ich gehe mit Eclipse. Link, left Eclipse. Nice. I have huge ping, just that you know, guys. Uh, we too. Around the hunt. Ingove identified. Wow. Still no kills. Oh, ha 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 ha. Killing spree. Yeah, 6-1, 7-1. Seeker. Oh, yeah. Yeah, yeah, sure. Ah, you have him, okay. That's the second shot. Okay. 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 Got one. One who comes up the ramp. Yeah, yeah, yeah. I got it. Yeah, yeah. Okay, another Eclipse coming. I'm sure he's pissed. He won't have suicide right now. Eclipse with Discs. I hit him once. Ah, okay. Well done. Oh, fuck. Shit. Okay, um... I'm coming with the search. Ah, f**k. Need to report it back. Okay, I come with Eclipse again. That worked nice. I'll go right. One already quit. What? Which one? Oh no, he's moving. Then he had maybe a Hard Delay Eclipse there. Yeah, yeah, okay. I'll try to get him. Hmm. Okay, no. Sorry. Turo got me. He has a Redeemer. Redeemer. I go with Search. Okay, I got a Seeker. Okay. I got hurt. Incoming fire! You've identified. Moment. Boa, ich glitzt. Okay, I go in with Pantra. I go to Ninja. Nice guys! Booyah! Booyah! They were just running left, right to avoid those fucking bombs. I'm out, guys. I go to...